ein moin und ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge roadplay farmers meine freunde mit mir und dem lieben tino und dem lieben polizist hallöchen für sie ist das kein problem dass wir das aufzeichnen mit dem co pro da wird sie meinen namen verdecken dann macht das nix dann ist das gut wer ist sie denn überhaupt wie heißt sie denn überhaupt ja genau das hätten sie jetzt wohl gerne so officer rex mein name ganz schön viele rechse hier was also ich habe gehört in ihrer alten stadt sind sie beide wegen steuernterziehung rausgeflogen das stimmt nicht ganz bestätigt immer alles gezahlt also ich also sie sind eigentlich mehr so weil sie mit ihm befreundet waren dann mit rausgeschmissen worden oder wie na hallo ihr meint was er angestellt hat keine ahnung ich weiß doch nicht was er angestellt hat ich war leite fleisch am dreschen haben zwei officer einmal rex und einmal ruf und meint mitkommen und dann ja ja aber wie gesagt wir haben jetzt die lange knast mit dem rex zusammen oder oder vom sich verbissen ist er nicht gerade noch joseph was hieß er nicht gerade noch joseph und nicht rex ja mit dem polizisten eine zelle was weiß ich polizist soll sich dann vorne vor die zelle dann stellen so hat alle die schulden sind jetzt alle beglichen jo ok ja wir sind rein wie das wasser klinik sind wir sind ja sauber also noch mal wissen hat es die drohung genau oder warum ist jetzt clean ich will folgen er hat er hatte so ein problem mit zu viel alkohol das ist also der musste für vier fünf tage in die klinik deshalb das geht jetzt mittlerweile ein bisschen besser er denkt dass er schon clean ist aber er braucht es immer noch aber naja dann ja spaß beiseite und ja was wohl auf spaß dabei dann füllen sie mir einmal bitte beide diese bürgen aus hier das ja alles wieder so bereinigt ist mit dem alten und er ist ja überall hier hinzahlen haben sehen wie so ein brett aus was auf dem papier zum schreiben ist ein bisschen schlecht zu ja hier schreiben sie auf meinem rücken über jahr kreuz oder was oder nein ja das müssen sie wissen also ja dann größer ist und vielleicht gäste kreuzschreiben nein spaß hier haben es ist das gut so etwa 20 jahren gezettelt da war es gut dann nehme ich das mal so mit werte das aus sondern teile ich dem bürgermeister mit ja wie das sogar ist mit dem kredit dafür war das ja und dann werden sie es ja demnächst auf dem konto sehen okay dann einen schönen Abend noch Ciao schönen Abend noch kriegen wir den Kriter? naja bestimmt ich bin ja jetzt ganz clean geht das schon so wo ist denn jetzt der Händler hin? wo ist denn jetzt der Händler hin? jetzt auch noch er sagt die Vertreterung bilden sich die ganze zeit jetzt zuerst ist der Händler weg und jetzt ist die Vertretung weg ja vielleicht kommt der gleiche Händler wieder brauchen die Vertretung von dem Händler darf man die Vertretung vom Vertreter dann kommt die Vertretung von der Vertretung ah für die Vertretung glaube ich so äh ähm gute Sache ja kann jetzt mal die Vertretung kommen hast du die die Nummer genommen von der Vertretung? ich ich versteht doch nicht meine Beine du hast meine Nummer oder nicht es sehen sie interessant aus ich will zu kaufen und was ja kaufe ich mir ja ich kann es als Wunderdienst machen dann die Stadt naja kriege ich viel Geld weißt du ja ja tja gewisse schwarze auf euren Leben und ja das sind ja eigentlich die Klaas-Datoren in Ruhe standen ich hab kurz neun gesehen der so wir gehen da jetzt ah moin moin ich bin grad am zusammenreinern von er machen ja sag mal ich sag mal haben sie haben sie den film tumbo gesehen tumbo näher wenn es ich ne ich bin mir irgendwie bekannt gekommen wie tumbo ok tumbo ne ich ich kenne tumbo kennst du tumbo nein tumbo wer ist ein tumbo wenn ihr beide tumbo nicht kennt das ist schlecht ja wir kommen sonst woher wo du her kommst also ich rechne grad von ihnen das zu machen mit dem und schon dir beim anderen haben wir noch nicht mal aufgeschrieben ne geht auf meine Kappe gell auf jeden fall ja auf jeden fall ja geht auf meine Kappe ich hab ihn gekauft ne ja ja was habe ich denn gerade auch ich habe ja alles auf die Rechnung geschwimmen müssen sich ja keinen Stress machen hm wo kriegt man die Hosen her würde ich auch noch dazu kaufen das ist ein Geld mehr aber irgendwie einen großen zapfen stummel was für ein stummel äh ein zapfen stummel komm mal her wo denn hier guck dich das mal an du bist so klein fett naja sowieso was guck mal beim schleppert das geht doch doch nie aus guck dir mal das beim schleppern ne also bei ihnen nimmt schon dir wenn man bei insgesamt 283.500 die kann ja dann 280 glatt machen ja jetzt gut an ja maschinen stehen unten achso ok schau ja naja das können sie alle aufbauen ach träumchen gibt es schon die einzige Sehmaschine die ist als jetzt geliefert worden ihre was meine die Sehmaschine die steht noch in der Mitte drin die anderen habe ich schon alle geadnet auf die Seite und bei ihnen muss ich noch zusammen rein dann kommen sie am besten mal mit ach also bei uns äh sie müssten mir dann mal die 280.000 überweisen bitte ja mal schon später wenn das Geld auf dem Konto ist ja passt auf jeden Fall äh kann sie mal mit wenn sie gleiche selber schon holen mitnehmen äh ja ich brauche halt einen äh Kaufvertrag ich könnte schon mal eine Anzahlzahlung tätigen wie wäre es wenn sie stehen bleiben können dann könnte ich meinen Kaufvertrag auch unterschreiben ja warten sie muss ihn doch mal holen gehen achso ja ich brauche noch mal den Schlepper das ist nicht mehr ja dann habe ich gerade umgeparkt weil ich sie gerade umwand so also hier geben wir mal den Kaufvertrag bitte unterschreiben wenn hier passieren ja ja haben wir unterschrieben der Hänger nicht ein bisschen groß ja haben sie unterschrieben danke bitte so das ist noch nichts ihrer das ist äh seiner die äh der Gruber und äh die Sehmaschine Achtung da auch noch ihnen müssen sie dann selber abholen bei ihnen muss ich jetzt noch zusammenhören also bei ihnen sollen wir mal fertig bitte halt überweisen dann also Sehmaschine also ich rechne das gleich mal zusammen also so so Sehmaschine ist immer bei so wenn wir mal auf da das ist so das ist so das so so das das so Was ist denn hier Phase? So jetzt, warum wächst hier Phase, oder? Keine Fragen, Fragen! Das ist ein Mülltor! Ah, mir wurde jetzt kein Zeichen. Ah, ich dachte, dass wir hier lagen. Na? So! Perfekt! Oh, passt doch! Ding ab! Dann können wir hier... Das ist ein Müll. Das ist ein Müll. Okay, ist gleich angekommen. So, wir nehmen die Saatmaschine mit, das gleich hier weiß, was meine ist. Hoppala. Was ist jetzt los? Weißen Sie das Geld irgendwann anders, oder? Hallöchen. Ja, aber überweisen Sie das Geld irgendwann anders, oder? Ja, hab ich noch gesagt. Also, okay, passt. Dann, tschüss. Ciao. Oh, 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 oh. Das ist jetzt nicht gerade, sagt man, wie es so schwer ist. Tja. Oh, 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 oh. Überstück zu. Wir stellen die mal hier rein zuerst mal. Ach, Gegend. Ah, schön beleuchten hat der Rufe auch. Gell. Sitzende beleuchten. Not prepared, mir noch, I'll give it one. Zoom. Oh, I'm sharing you. So, stellen wir den jetzt was mal hier hin. Sieht aus. Oh. Äh. So, stellen wir hier hin. Ah, lass mal was sein. Wenn sie vielleicht wänteln laufen, dann ist sie halt weg. Wie wird eigentlich das gebaut? Das Auto. So. Naja. Oder eine Abladung. Naja. So. Hallo, Lohnunternehmen hier. Moin. Wir haben den Auftrag von der Stadt bekommen, dass sie den neuen Hof gekauft haben. Einmal Glückwunsch dazu. Ah, dankeschön. Wir haben ihre... Achso, sind sie das da grad? Ja. Ja, wir haben ihre Hecken weggemäht. Ah, ja. Ja. Das geht aber auf Kosten der Stadt. Das war so vereinbart, der Stadt angeblich. Ja. Okay. Und was sie was brauchen, das Lohnunternehmen ist gleich um die Ecke. Sie müssen dann nur grad fahren. Also da, wo der eine mit dem Drecker gerade ist. Mhm. Und dann rechts und dann sind sie... Äh, links und dann sind sie bei einem Unternehmen. Ah, okay. Danke. Danke. Passt immer wieder weiter, sonst... Jo. Danke und Tschüss. Tschau. Junge, Junge, wir haben fast das Spiel hier abgefahren. So, ich lasse mal hier einen Pickup. Also, halt, dicht aus. So. So. Jetzt müssen wir jetzt im Enterrennen den Klaasch abholen. Ne? Ja. So. Halt, tap an. Und hier. Und hier. So. Und hier. Und hier. So. Perfecto. Na. Was? So. 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 talking. So. 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 So.